So, für mich geht es jetzt auf zu Marci, weil ich ihr jetzt ihren Geburtstag als Überraschung ein Bild gemalt habe und ich freue mich mega. Ich bin richtig gespannt, wie sie reagieren wird und ja, nehmen sie jetzt mit, also holen sie ab und dann fahren wir zu meinem Atelier und dann seht ihr, wie es ihr gefallen wird. Ich freue mich einfach. Bis zum nächsten Mal. 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 Oh man, das war ich nicht. Oh, das war ich nicht. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh wow! Oh my god! Oh wow! Oh my god, das ist so schön! Du hast es so verdient! Oh my god, das ist so schön! Oh my god, das ist so schön! Oh, es freut mich! Alter! Oh my god! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Zieh, warte ab, hattet deine Wohnung her. Boah, das ist eine so fette Wohnung! Ich habe keine Ahnung, aber ich höre... Oh mein Gott! Oh, das freut mich so! Wow! Oh mein Gott! Tschüss! Leute! Das ist mein Foto! Das ist mein Foto! Das ist einfach mein Foto! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!